Hi, ich bin die Birgit aus Graz, bin Cineinstruktorin bei der IOM für orthopädische Medizin, manuelle Therapie und lebe meinen Beruf jetzt um seit über 25 Jahren. Ich habe in Graz die Ausbildung gemacht und bin Graz treu geblieben qua Wohnhaftigkeit, habe aber weltweit mich umtriebig tätig gezeigt und freue mich, dass ich für die IOM tätig sein kann. In unserer Gruppe bin ich bekannt als die Praktikerin, ich habe zwar einen Master gemacht in Health Care Management, um da ein bisschen tiefer auch Richtung Theorie einzutauchen und die Scheu klappt mal ein bisschen mehr auszubreiten, aber im Endeffekt geht es um die Patienten und von denen lernen wir am meisten und auch von den Fragen und der Kursteilnehmer lernen wir am meisten, weil unser Kopf ist rund, damit wir unsere Denkrichtung ändern können und somit müssen wir offen bleiben für alles, was sich da neu ergibt. Und privat habe ich Familie, einen leiblichen 13-jährigen Sohn, seit der auf der Welt ist, holt er mich auf den Boden der Tatsachen immer wieder ein bisschen zurück, weil man sonst in der Fachwelt einfach zu viel aufgeht und sich nicht in die Katakomben der Studien zurückzieht oder noch an die Patienten orientiert. Ja, und einen Pflegesohn habe ich jetzt auch, einen 10-jährigen und somit ist die Familie komplett und die Arbeit macht Spaß. Ich freue mich auf eure Fragen. Vielen Dank.